Hallo Leute und Damen, Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich wollte heute einfach mal Danke sagen, weil mein Kanal hat sich auf jeden Fall in den letzten 1-2 Monaten sehr verändert. Und ich will auch Danke sagen für die 50 Abonnenten, in der Zwischenzeit sind es schon 54, aber trotzdem. Ich wollte auf jeden Fall Danke sagen dafür. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass der Kanal sich eigentlich ziemlich gut entwickelt. Ich stecke auch viel mehr Arbeit rein als der Kanal eigentlich bei euch irgendwie, weil ich habe erst 54 Abonnenten und dafür, finde ich ehrlich gesagt, stecke ich schon ziemlich viel Arbeit rein. Aber naja, ich hoffe einfach mal, der Kanal bleibt in der Zukunft so wie er ist und wird vielleicht noch besser. Würde mich auf jeden Fall freuen und Danke für euren Support, weil ihr supportet auf jeden Fall meine Videos wirklich sehr nice und ich möchte mich dafür wirklich sehr bedanken. Und dafür habe ich mir heute so ein kleines 50 Abonnenten Special, kann man sagen, überlegt. Ich habe nämlich ein paar Clips von meiner Nintendo Switch und zwar von Super Mario Odyssey, einfach mal so ein wenig zusammengeschnitten. Die will ich euch heute einfach mal zeigen. Ja, weil ich habe keine Capture Card oder so und kann die Switch halt nicht aufnehmen, aber es gibt eine Aufnahmeoption bei der Switch und da habe ich einfach ein paar Videos aufgenommen. Und die habe ich mir nicht zusammengeschnitten und die zeige ich euch jetzt mal. Also, machen wir mal Danke für die 50 Abonnenten und jetzt wird es abgespielt. Die Videos. Ja, viel Spaß. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020